Ach ja, die ewige Debatte. Welches System ist besser? Welches gewinnt? Hat der Kapitalismus nach der Wende schon gewonnen? Ist der Kommunismus vielleicht doch noch unausweichlich? In diesem Video wird vermittelt und gespalten. Es soll um das Problem gehen, das den ganzen politischen Diskurs durchzieht und beeinträchtigt, das große Missverständnis zwischen Kapitalisten und Kommunisten. Reden Kommunisten, also im groben Sinne, ich will jetzt nicht das ganze linke Spektrum auf Kommunisten, welche auch immer, reduzieren, über Kapitalismus, so meinen sie im Endeffekt den Status Quo, Monopole, die Ausbeuten, staatliche Aufrechterhaltung dieses Prozesses, Korruption, Sklaverei etc. Reden NCAPs, also Nachokapitalisten über Kapitalismus, so meinen sie im Endeffekt genau das Gegenteil, nämlich freien Markt, Nicht-Existenz des Staates, also damit auch keine Korruption, keine Ausbeutung und keine Sklaverei, freie Konkurrenz. Fast alle Mitglieder irgendeiner Bubble, die ja fast schon eine Art gesellschaftliche Monade darstellt, begreifen nicht, dass innerhalb ihrer Bubble nicht dieselben Definitionen gelten wie außerhalb ihrer Bubble, sowohl für ihre eigene Ideologie als auch für die Ideologie des Gegenüber. Schlichtweg, was Anarchokapitalisten als Kommunismus bezeichnen, ist kein Kommunismus im kommunistischen Sinne. NCAPs kann ja in der Regel nicht mal den Unterschied zwischen Kommunismus, Sozialismus, Syndikalismus, Leninismus und so weiter. Was jetzt aber Linke, vor allem Kommunisten, als Kapitalismus bezeichnen, manche gehen ja sogar so weit, unser jetziges System anarchokapitalistisch zu nennen, zumindest das wirtschaftliche, ist kein Kapitalismus im Sinne der Anarchokapitalisten. Das Problem liegt auf beiden Seiten. Naja, Anarchokaps werden jetzt sagen, dass die Unterscheidungen innerhalb des linken Spektrums doch alle völlig egal sind, weil eh immer das gleiche rauskommt. Viele Linke werden ähnlich argumentieren, bloß halt spiegelverkehrt. Das Problem dabei, wenn ihr immer nur gegen euer Bild des feindlichen Gegenüber argumentiert, habt ihr letztendlich keine Diskussionsgrundlage. Es gibt keine Überschneidung zwischen den Begriffen, über die ihr streiten wollt. Da kann auf Dauer also nichts als halbbewusste Strohmänner und blanker Populismus rauskommen. Ihr argumentiert gegen etwas, das der Gegenüber doch gar nicht will bzw. vertritt. Knapp zusammengefasst, Kapitalisten und Kommunisten verstehen sich nicht. Knapp zusammengefasst, Kapitalisten und Kommunisten. Knapp zusammengefasst, Kapitalisten und Kommunisten.